So, und jetzt ein normales Spiel mit normalen Droh und dann gehen wir. Would you like to take a Mulligan? Wer fangt man an? Tschüss, ist der Play. Wir fangen an. Ja, jetzt kippen wir. Man, wir haben die Mana-Sources. Wir können... Ich kipp diesmal an. Wahrscheinlich weil er an der Droh ist. So wie wir. Okay. Okay, das ist schon mal gefixt. Ja. Zwar war ein Drop. In unserem Upkeep. Somit wird Hornes Ding und Flammitz. Der legt einfach 5 Kalor in alle Spiele. Manalik. Das ist ja mal echt strange, oder? Also, Game 1 schwarz-weiß. Game 2 schwarz-rot. Game 3 schwarz-blau. Ohne Play. Ja. Keiner Angriff. Und Spinne. Aber das riecht schon irgendwie nach Counter, oder? Ja. Soll er einen Time-Walk kriegen? Ja. Das war für uns der Warne, wenn er Counter hat. Er hat offen lassen. Er hat nichts gespielt. Geil mal. Hm. Wenn er jetzt was spielt, oder? Ja. Sie ist vielleicht noch unbequartet. Das macht eh nichts. Naja. Unsere Hand ist jetzt ja nicht so geil. Aha, Mist. Er hat keine Länder, oder? Wohl, wohl. Also, niemand. Hm. Und wir haben dafür ein paar. Ja. Es sind Arschloch Spiele. Sagen wir, wie es ist. Schau da, was ein rotes. Was kommt jetzt? So. Das wisst man mal schnell auf mit Klammet. Hm. Geht da hin. Ja. Obvius. Ja. Ruh, geht. Schau. Er ist verdächtig, wie kann Pazifismus zeigen, das? und noch das gute land nachgezogen das was man nicht legen na preparing for fireball wolf das richtig gut im moment und 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 oder sarah angel na ja der target flying creature oder der der bombe von da unten aber jetzt ist man wenigstens er hat weiß rausgebotet im ersten game also wie gesagt war vielleicht doch besser gewesen die spieler nicht spielen ja er hat die runde darauf hat er seine platt gemacht und hätte immer noch mann an die koffen gehabt wenn wir gerade er ist mir kann mit dem palace guard angreifen und dann schießen wir einen greiftiger mit hornettinger auf dem blog findet sie zu das coole play ja man kann mir gedacht dass wir und er nichts das ist die klammer noch gut da können wir uns am pazifismus hin machen ich denke immer der fliegt ja aber der fliegt gar nicht wenn man es ausschlecken mit fireball der wetter gut es gibt schon ein paar gute karten so ist nicht wie gesagt sarah angel wenn man gut warum also die war mal lieber aber hat vier markanten kann das bei flash freeze ich soll sie jetzt nicht angriffen Yes! Leverry hast du ihn. Ja, richtig. So, dann ziehen die Pleine ihm jetzt nicht nur so gut. A sitting slime. Fireball. Fireball. Oder a sitting slime, ist auch ganz okay. Ja, für den Anfang, ja. Einfach nur keinen Flieger ziehen. Zwar draus haben wir noch. Schauen wir mal. Na. Und drauf haben wir noch. Plain. Acidic slime haben wir. Fireball. Ja, das war's. Genau. Destroy target. Enchantment. Da gibt's sogar was. Komm jetzt. There it is. Amif. Amif. Mit was? Mit allem. Vielleicht überreißt das ja nicht. Ist so weit schlecht, das Vorherspielen. Vor was? Wir sind einfach tot. Wir hätten wenigstens noch angreifen können. Vielleicht haben wir eine Day of Judgment oder so. Mhm. Vielleicht blockt er ja dumm. Weiß ich nicht. Wenn man den Planning Manager kasten, war auf jeden Fall dumm. Weil, dann war's ja, dass wir einen haben, oder? Ja. Ja. Aber da werden die odds da rein nach der Herkunft kommen. Fireball. Ja. Die. Ja, não macht,員. Ja. Aber wer liegt sicher?